Ein Handy? Ich hab keine Ahnung, da gibt es hier noch ein Handy. Ja, bevor wir hier hängen, haben wir ein Handy gefunden. Wer ein Handy verwischt, sollte zu Hause kommen und ist das Handy dort abholen. Ich begrüße euch, ich begrüße Sie, alle Rekordnicks-Sieger-Ehrung der 47. Jahrhundert-Märchen-Zielmann. Bevor ich weiter fortfahre, möchte ich mich bedanken bei Hangtime, unserem Moderator, unserem Zehntner Rudi Carell, der uns hier unterhalten hat, vier Tage lang, glaube ich, auf einer schönen Art und Weise. Ich glaube, jetzt kommt die Handybesitzer. Wir haben keinen Preis normalerweise für die weitest angereiste Einzigversicht. Aber wir haben uns in diesem Jahr überlegt, eine Frau hat im Vorfeld angerufen, weil Wolfgang war. Ich bin neu Kennenisch years old. Ich bin neu Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018